Einige Tage später, ok. Es funktioniert nicht, nicht sehen Sie? Entschuldigt nach einem kurzen acht Versuch? Sirene. Wie viele Mal muss ich versuchen? Wie viele es braucht. Aber ich werde nicht weit weg. Wir werden das später zurückkommen. Es war nicht die erste Zeit auf der Gauntlet. Gerwalt, bitte nicht jetzt. Die Gauntlet war ein Weg in den Park. Aber das ist nicht der Punkt. Was ist das? Avelach sagt, dass nichts davon kommen wird, bis ich über die Krieg stoppe. Aber im Moment finde ich es nicht möglich, meine Hände mit Ketten und Vanille-Pudding. Sag mir, wie machst du das? Was? Was entspannt dich? Hm. Okay. Hm. Es gibt eine bestimmte Angelegenheit. Vesemir hat es mit mir und Barmen hat es mit ihm. Willst du mich in die Hände und mich trinken? Die Skelliker-Druiden haben es benutzt für Jahre. Es funktioniert immer. Hey! Hey! Das ist ein Verlust. Hey! Das ist falsch. Ha! 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 Wimper! Wir sehen uns über das. Ha! Komm und hol mich! Ernsthaft. Oha, das ist schön. Okay, wie denn? Warte mal. Ich kann den nicht werfen, willst du mich verarschen? Ach so, mit der, okay. Autsch! Hm. Ach komm, nun. Ernsthaft. Da bist du, okay. Ach schön. Eine kleine Ablenkung. Wo ist denn hier noch eins? Achso, ich habe drei. Es sind jetzt noch zwei, okay. So, so, will ich mich verarschen. Hm. Ach schön. Hm. So. Ne, es ist nicht. Ach schön. So. Okay. Hm. Ach schön. Okay. So, nimm das. Was? Ne, ne, ich passe nur auf. Oder du dich inteleportierst. Ich habe gar nicht stehen bellen, was? So. Okay. Hm. So, nimm das. Ach, wie schön. Und die Musik dazu. Achso, ich habe keine Schneebell. Ups. So. Daneben. Hm. Hm. Okay. Okay. Ah, okay. Tja. 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 Hm. Born vorbei hier. Oh, ja. Tja. You were right. That really works. Thanks. Glad to be of service. So, what now? I'll go see where our dearest Sage is. Ha ha. Hm. Ach schön. Gerold! 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 Was? Was? Was ist passiert? Geh auf. Wir müssen gehen. Ich habe die Horsen. Siri, es ist der Krack des Dornes. Wo willst du gehen? Hexensabbat. Hä? Okay, was ist da los? Hexensabbat, was ist das denn? Ich weiß nicht. Erleicht mich. Imlerith. Wir haben keine bessere Chance, ihn zu bekommen. Imlerith. Woher bekommst du diese Idee? Was hat dich in? Ich muss Vesemir schützen. Der Sabbat. Es ist die perfekte Möglichkeit. Imlerith wird in seiner Kohorte getrunken. Er wird in der Revolver. Er wird nicht erwartet, dass er den Blut. Okay, Imlerith. Wer ist das denn? Und warum Vesemir rächen? Gehörte zur wilden Jagd? Hä? Wie lernt ihr all das? Imlerith? Der Sabbat? Avilaq. Er hat mir erzählt, dass die uns zu retten. Die Wunderschöns-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein. Komm. Wir werden auf der Weg sprechen. Lied auf. Na schön. Okay, jetzt auf einmal. Man, ich wollte eigentlich noch ein bisschen erforschen. Ach, das war der. Ach, der ist das. Ach so. Oh. Okay. Hm. Wir hoffen, das geht jetzt nicht Schlag auf Schlag. Und wir können noch ein bisschen rumlaufen. Zwischendurch. Und ich wollte eigentlich eine Pause machen. Fünf Tage später. Okay. Ach. Sind die auch gekommen, die töten? Ja. 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 Hm. Oh. Ach so. Ach so. Ach so, das ist jetzt hier. Das alles hier. Ah. Können wir die scheiße Hexen auch töten? Das wäre schön. Oh, das wäre so schön. Da wäre doch nicht alles umsonst gewesen. Hm, okay interessant. Ja, gehen wir sie töten. Wir gehen sie töten, na los! Die Pessenspächer von Velen kenne diese Nacht die Feast der Gäste. Ich habe keine Ahnung warum. Okay, da sind wir schon mal ein bisschen rumgelatscht. Okay. Für diese Stufe 20 Neblinge, die damals zur Stufe waren. Okay. Ah, wie sieht sie aus? Da haben wir noch einen haufenweise Fragezeichen. Die würde ich auch mal gerne abklappern, sobald ich mal wieder mich frei bewegen darf. Hm. Tja. Okay. Gut, aber die Quest ist alles noch da. Schön. Hm. Ähm. Vier Punkte. Ja gut. Hm. Dann bin ich eigentlich mal dafür, dass ich vielleicht das hier mal aufrüste. Dö. Du, 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 du. So. Hm. So. Hm. Da war auch die Punkte 14. Na toll. Hm. Okay. Hm. Okay. So, was haben wir hier? Hm. Hm. So, was haben wir hier? aber nicht so die ist noch alles gut damit zwar dann können wir das daneben genau so und was sind wir denn da hank ist kraft ja warum nicht bloß fünf prozent noch ein bisschen und sonst haben wir hier nichts neues naja gut so was haben wir denn hier alles genau die meine ich als Nilfgaard das gefällt mir jetzt nicht so aber verdammt der mist ja wahrscheinlich sieht es so aus als ob am ende dann doch Nilfgaard gewinnt oder als einziger übrig bleibt naja aber ich mache jetzt hier eine kurze aufnahmepause tja oh man da haben wir wissen wir ne bleib hier ich will nicht weiterlaufen tja wir wissen wir wird jetzt ewig hier in erinnerung bleiben jedes mal wenn wir quen spielen was jetzt ein bisschen selten sein wird denn ja so quest mäßig haben wir das schon abgeschlossen bis auf sammle alle naja dann bis zum nächsten mal ciao was ist das hier überhaupt ach da naja ja wir gehen ihn töten jetzt in dieser folge na los mhm meister honig ist interessant so wir kommen zurück zu der Witcher 3 so gehen wir töten und ich hoffe wir können die drei scheißhexen auch töten für den baron und seine frau avalak claims vanity is greatest weakness vanity any foe he faces he strives to impress ok the other one karanthir is said to be secretive and pragmatic noch einer hardly surprising given he was avalak student wes ok ja avalak hm jetzt weiter gehen wir kein persönliches gespräch mit ihm führen hm 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 ich hab den nicht gedient hm 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 ja hoffentlich hm 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 ja am besten vielleicht erstmal die Situation überblicken mal schauen wie viele Feinde hier sind bevor wir losstürmen ok ah ja 1,2,3,4,5,6,7 hab ich gesehen sieben Feinde schon mal hm ok sind sie denn garantiert du wie das war Hm. Sehen sie denn garantiert da oben? Okay. Hm. Hm. Okay. Okay. Eigentlich nicht wie erklär. Wir senden ihnen Gifte, jedes Jahr lang. Und diese Nacht haben sie uns mit ihren Gästen. Ich habe einen von deinen Gästen zu den Kronen gesehen. Schnibbeln, Angst vor dem Tod und um acht Jahre alt. Bleib ruhig. Ich kann ihren Ergo verstehen. Hm. Ja, das ist immer Natur. Ja, das ist immer Natur. Ja, das ist immer Natur. Hm. Okay. Als in anderen Worten, Natur. Hm. Da haben die Hexen nichts damit zu tun. Ja, doch. Scheiß Bauern. Ist halt einfach Scheiße. Hm. Ah, scheiß drauf. Wir gehen jetzt. Sollen uns ruhig aufhalten, dann töten wir sie. Ah. Hm. Hm-hm. Komm, Geralt. Wir müssen da hin, bevor der Tag ist. Geh in die Tante und stand vor der Feckler. Sie ist derjenige, der entscheidet, wer wert ist, um die Frauen zu treffen. So, das heißt, sie hat auch den Schlüssel. Gut, dann töten wir sie. Das ist er. Okay. Du scheiß Bauer. Hm. Okay, was haben wir denn hier? Oh, ein Händler. Interessant. Na? Okay, kein Quintch. Hätte ich jetzt ansonsten gespielt. Huch. Hm. Ach. Okay. Vielleicht brauchen wir das. Nehme ich mal mit. Zwergenschnaps brauchen wir nicht. Okay, gut. Tschüss. So. Farewell. Ja, mach's gut. Hör nicht dir selbst, oder deinen Nachbarn, bevor der Tod. Bereiche es für dich. Für dich auch bereiche es für dich. Dreibe es nicht mit wunderschönen Wörtern. Ja, was für ein Bullshit. Ja, der Tod. Der Hexen kommt jetzt immer näher. So. Was ist denn überhaupt für ein Dorf hier? Kein Berg. Okay. Ah, ja. Interessant. Hm. Ja? Na? Okay. Let me see, was du offert. Was hast du denn da? 680. Okay, können wir ein bisschen verkaufen. Dann haben wir eine Menge erhalten. Hm. Okay. Du, 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 du. Hm. Hast du hier vielleicht? Hast du nicht? Okay. Hm. Na gut, das ist eh ein Anfänger, stimmt. Der kann sowas nicht. Ach so, das ja. So. Okay. Ja, ne. Lass mal. So. Da haben wir ein Handwerk. Bisschen verkaufen. Ne, da wollte ich hin. So. Die Schwerter verkaufen hier. Was haben wir denn da? Die haben jetzt Finger. Erstmal die ganzen, äh, Noobswaffen. So. Das da. Du, 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 du. Ah, was ist das denn hier? Okay. Wer bist du? Hm. Und der zwei Slots. Ist ja auch Verschwendung. Du, 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 du. So. Okay. Da wurde ich wieder entwaffnet. Ist es das? Warte mal. Ah ne, ist noch da. Okay. Ja gut. So lange. Warte mal. Einmal ich bitte. Ah, Ambus wurde weg. Entfernt, okay. Da haben wir noch so viele Rüstungen zu verkaufen. Ach du Scheisse. Hm. So, was haben wir denn da? Okay, nehme ich dich. So. Da ist alles gut. Das kommt da hin. Dann kann ich es auch benutzen. Okay. Hm. Dann ist ja alles gut. Rüstung. Hm. G'sche. Ja, nicht, was das besser. Serieal Rüstung. Ist es nicht, Siris anderer Name? Hm. Okay. Ich würde sagen, diese Rüstung sieht immer noch am besten aus. Denn das hier. Zu viele Punkte. Das hier. Das hier. Das da. Das Kack-Logo. Davon reden wir gar nicht erst. Das hier. Kack-Logo. Tja, was haben wir noch hier? Hm. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber... Äh. Das hier. Das hier. sieht ja besser aus. Okay, was haben wir noch hier... the 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 thuh. Sonst was ist schon. Da, alles da unten, ist nicht episch genug. Das ist nur blau, das ist nur gelb. Das hier ist schon besser. Tja, okay. Da haben wir nix. Na gut. Gehen wir weiter. Das ist ja toll. So, ich spreche mit Tekla. Die hat bestimmt den Schlüssel. Das sind bald tot. Okay. Ach, Johnny Huntsy. Hm. Ich will die Hexen töten. Könnte eine Falle sein. Gehe nach Hause mit der Sonne. Wie geht es mit dir? Wir wollen sie töten. Wir müssen die Hexen lösen. Kannst du dir helfen? Ich würde lieber versuchen, dich zu beschweren. Aber ich bin sicher, dass das in vain wäre. Die Lasse. Sie ist als schwer als du. Auch mehr so. Genau. Der Weg zu der Peak beginnt dort. Nach dem Garten. Aber nur alte Thekla hat die Kugel. Also, seit du es nicht überhaupt bekommen hast, gehst du besser zurück. Ja, ne, einfach Kopf ab. Das geht. Hm. Wir sind hier, um einen Elf zu finden. Imlarith. Ciri denkt er könnte sein. Die Kronen. Big bloke. In Full Plate? Going the right way. Er ist auf dem Mountain. Du hast ihn gesehen? Er hat ihn gesehen. 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 Warum hast du ihn gesehen? Er hat meinen Freund geklagt. Ich würde nicht nachvollziehen, wenn ich dich wäre. Auch die Frau schreien und schreien vor dem. Die Kugel. Warum wunderschön wir ihn? Er ist nicht so gut, dass Du vielleicht noch nie gelapst und nicht gewaltt. Ich glaube, ich kann aber nicht so gut ausfahren. Three souls haben nicht die Beteiligungen festgelegt, und nur die Jungen Whoaung oder die Ker Warden am ihrer Unterhaltung. Sie holen die Karte. Er hat die Karte, öffnen die Garten und treffen sich die Frau. Ich glaube, ich finde, dass ich gewaltt bin. Aber er ist ein alter und fach. Das ist er. Was ist doch gut? Dann gehst du in die Geschichte zu finden. Wir sind doch zu finden. Dann gehst du die Idee von der piese. Er wird schon mal sagen. Es wird glaubt, dass du zurück zu gehen. Da ist gar nicht das zu schmerzen lassen. Hm. Na gut, wir fallen sie höflich um den Schlüssel und wenn ich dann einfach den Kopf habe... ...hours late and slumber cozy, close your eyes and dream. Hm. Na schön, Johnny Hansi. Ihm geht's gut. So. Machen wir noch ein bisschen Looten hier. Wenn dieser Platz C gleich ausstirbt. So. Können wir noch was mitnehmen? Da drüben? Okay. Lassen wir mal durch hier. So. Sonst noch was? Ah. Schön. So, jetzt hier noch. Gut. Na dann. Äh. Die da unten. Können wir nicht, okay. Warum auch immer. Ist Verarschungsloot. Hm. Ah, hier gehen wir lang. Wo die Neblinge waren. Tja. Na dann. So. Hm. Hm. Okay. Aha. Interessant. Ja, dieser Trick. Der kann das und wie. Ist ja spannend. So, was haben wir denn hier? Hm. Okay. So. So, es nehme ich mit. Düh, 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 düh. Gön, wir die vergiften. Giften die Suppe tun. Okay. Ja, weil sie gierig sind. Okay. Und ein paar kiffen schon. Ja. 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 Ja.